Es war auf jeden Fall eine super Vorrunde für mich. Es ist super gelaufen. Ich habe Tore machen können, habe der Mannschaft weiterhelfen können. Und ja, es ist definitiv die Ankunft im Profibereich für mich. Ja, es ist kein Geheimnis, dass ich für die Premier League eher Sympathie habe. Trotzdem war es für mich, denke ich, der richtige Schritt, bei Lautern zu bleiben und mich da weiterzuentwickeln. Weil ich einfach das meiste Potenzial für mich selber sehe, einfach den nächsten Schritt zu gehen. Und ich denke, dass über kurz oder lang das einfach kommen wird, dass ich vielleicht die Chance nochmal bekomme. Ja, dass der FCK eine besondere Atmosphäre hat, ein besonderer Verein ist, große Tradition, das ist bekannt. Deswegen habe ich mich dafür entschieden im Sommer. Und es ist einfach ein super Gefühl, da aufzulaufen. Und für mich gilt es jetzt einfach mal wieder komplett fit zu werden nach der Verletzung, die ich hatte. Wir haben das in der Vorrunde schon einmal gehabt mit den drei Niederlagen in Folge. Und wir haben uns eigentlich geschworen, dass das nicht passieren darf. Jetzt ist es passiert. Der Schaden ist nicht allzu groß durch die anderen Mannschaften, die selber nicht konstant punkten. Deswegen sind alle Möglichkeiten gegeben.